Kakao? Einen warmen Kakao? Mhm. Bist du mit Emil gestern hingefallen? Mhm. Hast du wieder wehgetan? Mhm. Toll wehgetan? Mhm. Oh. Hast du bald Geburtstag? Mhm. Hast du schon Geburtstag gehabt? Mhm. Wollen wir mal die Jacke anziehen von der Großmama? Mhm. Fängst du mir einen Fisch? Ouuuuhh. Ouuuuh. Ouuuh. Ouuuuh. Oi. Haaaa. Ouuuh. Oh. Ist das dein Stuhl? Hm. Ist das dein Stuhl? Mhm. Uhhh Guck mal Schöne Schöne Guck mal Beine bereit Beine bereit Waaaah 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 Lauf Jodie, hol sie her! Hol sie her!